Ein ganz wichtiges Thema, nämlich Restcode an deutschen Schuhen In Nappe-Höschen, bauchfreie Top- Puh, einfach gerade, wie man fast gebrochen hat. Aber hier, ich muss mir Tage nachholen. Und jede Menge nackte Haut. Und genau das ist an einem Würzburger Gymnasium jetzt verboten. Wallah, find ich gut. Wallah, find ich gut. Keine Shirin David Musik mehr und so. Safel, Bruder. Genau so richtig. Soll verboten werden. Ja, zieh dich an, wie du willst, auf eine Schule gehst. Übertreib mich. Ich will nicht, ich sehe deine Muschie, guck mich an. Und sie haben sich auf Unterricht konzentriert. Wegen dieses Kleides hier, musste die 17-Jährige Lauren Wiggins sogar nachsitzen. Grund, der Direktor empfand ihr Kleid als zu freizügig und unangebracht. Sie haben mir gesagt, dass mein nicht bedeckter Rücken und meine Schultern eine sexuelle Ablenkung für Jungs in meiner Schule seien. Und dass ich damit die Jungs zum Unterricht abhalten würde. Ja, so Jungs wie mich hundertprozentig. Ich bin eine Rippe von einer Krankheit, ich werde voll schnell geil und so. Das ist normal. Wenn ich eine Fülle schreiben würde, ich werde direkt so auf meinem Nacken, Rücken und sagen, da. Ja, hey, wie kann sie bleiben sitzen? Ja, wegen ihr, weil sie mich geil gemacht hat. Claudia Jakobs ist heute Morgen bei uns, sie ist Redaktion. Claudia hat blaue Strumpfhosen. Wisst ihr, was ich für eine Strumpfhose fertig habe? Wenn ich in der Uni sitze, ich sehe eine neben mir mit Strumpfhosen, ich schließe ihren Speckzettel, ich schreibe aber nicht, ich gucke nur auf ihre Beine. Wer hat denn das größere Problem, wenn ein Kind freizügig in die Schule kommt? Der Lehrer, die Mitschüler oder der Schüler selbst? Die Kennex-Brüder. Naja, vielleicht auch die Mutter. Nein, Spaß beiseite. Das kam nicht. Das fand ich gerade so geil, dann aus dem schlechten Witz raus. Naja, es ist unangenehm. Es gibt viele Lehrer, die ehrlich gesagt es nicht so mit der Körperhygiene genau nehmen. Manche sind... Das ist ein Phänomen, ja, das stimmt. Ich bin genauso einer, weil ich habe Mundi, ich stinke nach Schweiß und komme dann zu dir und tue so, als würde ich dir helfen wollen in Mathe oder so. Dann würde ich einfach nur, dass du dich riechst und abgangst, du Bastard. Jetzt ist ja Kleidung auch ein Ausdruck, wir haben es eben schon angesprochen, des persönlichen Statements und der Rebellion. Oftmals sind das aber sehr kreative Menschen, die sich... Das ist jetzt ein Argument, das von der Shirin David kommen könnte. Die hat Rotpens in ihr Dach da drin, in ihr Arsch da drin und die sagen, wir hatten Kreativität. Zum Beispiel sind Boxershorts draußen rumlaufen und dann sagen wir die Frauen, oh, der ist aber bestimmt sehr kreativ. Nein, der hat nur einen dicken Sohn. Wer nicht? Claudia Jakobs ist heute Morgen bei uns, sie ist Redaktionsleiterin des... Die haben einfach ihren Namen falsch geschrieben. Erstmal nennen die die wirklich Claudia Jakobs, danach schreiben die Claudia Jabobs. Es geht um einen Hauptschüler aus NRW. Der wird von seiner Lehrerin nach Hause geschickt, weil er eben eine graue Jogginghose trägt. Ich lerne jetzt in einer Jogginghose weniger als in einer Jeans. Nein, Bruder, du lernst nicht weniger in einer Jogginghose als in einer Jeans, aber in einer Jogginghose wirst du schneller geil. Weil dein Sub, der hängt so, Bruder, du kannst direkt anfassen, du merkst, du bist leichter. Gucurill, da ist... Mach eine Jogginghose weg, Bruder, du hast einen dicken Klau, ich merk das. Was ich jetzt wirklich gestehen muss, ne? Wenn ich so bedenke, diese armen Jungs, Quarantäne, Ramadan, denen ohnehin gar keine Frauen mehr dadurch, und dann kommen die in die Schule und dann sind die so, eine Methode-Fans, der spritzt direkt, Bruder. Weil gerade auch so Jugendliche, die sind gerade noch mit 15 in der Pubertät, die spritzen schneller, unkontrollierter und so. Schau mal, wo du sitzt gerade im Unterricht, siehst du Weiber, du kommst nicht klar, denkst du, boah, scheiße, Bruder, Aua, uff, was soll ich machen, dann ruft sich der Lehrer nach vorne. Ja, gehst du mit dem Lineal in der Hose nach vorne an die Tafel, obwohl du gar kein Geometrieunterricht hast. Wie finden Sie, ich so in meiner Jogginghose gu... Geht auch? Klar, sie haben eine gute Figur, was ich so sehen kann, ich meine... Ich könnte ihnen Sachen zeigen. Dinge, da würde man erschrecken, oder was? Die macht Penner so Wutze, die will... Ich schreib dir jetzt eine Nachricht, Leute, hier. Ich begrüße einen Dresscode an Schulen, weil viele Jugendliche gar nicht lernen, wie man sich anzieht und sie begreifen auch nicht, dass die Schule ein Arbeitsplatz ist. Ich streng die Geräte, das hat mich so erregt. Der Corona-Krise... An einem Arbeitsplatz ziehe ich mich nicht aus, da habe ich keine weiten Ausschnitte, da habe ich auch nicht den Hintern freigelegt, sondern ich ziehe mich halt angemessen an. Das müssen die lernen. Ich verstehe, was die meint. Die hat das aber so ausgedrückt, dass man sich als Jugendlicher, also als Kind denkt, halt den Fressen, du fackst mich gerade ab. Die hat das alles ausdrücken müssen, wie ich gerade erklärt habe. Schule, gut, hier, du musst da lernen, das ist nicht zum Kalbwerden und so. Das heißt, damit du später lernst, für andere zu arbeiten. So, so drücke ich mich aus. Die Schüler haben Bock zu hören, nicht so wie die. Seit dem neuen Schuljahr gilt ein Dresscode für Schüler, aber auch für Lehrer. Ein sichtbarer Brustansatz, Bauchfreiheit, Unterwäsche und zu viel Oberschenkel tabu. Masallah. Also ich finde es gut, dass an diesen Schulen die Scharia eingeführt wurde. Man merkt auf jeden Fall, dass der Schulleiter zum Islam konvertiert ist, alhamdulillah. Seht an, was ihr wollt. Aber wenn die euch in der Schule sagen, ey, nehmt die Cap hier runter, dann nehmt die Cap hier runter. Wenn die euch sagen, seid leise, seid leise. Guck mal, müsst ihr euch vorstellen, Schule bereitet euch, wie ich es immer gesagt habe, aufs Angestellten-Dasein vor. Die wollen, dass ihr für irgendeinen Hund später arbeitet. Deswegen müsst ihr auch da an der Schule gorschen. Klar, wenn jetzt derer ungerechte Scheiß machen, dann könnt ihr auf jeden Fall mit dem reden und so. Ich persönlich finde Schuluniformen viel besser.